Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den SRZ News. Es ist wieder soweit, die Welt blickt auf den berühmten Sängerort Zlan und diesmal strahlt dieser noch mehr als sonst. Hollywood ist nach Kärnten gekommen, um beim berühmten Zlaner Sängerball dabei zu sein. Und das hat einen besonderen Hintergrund. Dieses Jahr werden hier die berühmten Sonderausgars verliehen, die Filmpreise schlechthin. Unser Reporter ist live vor Ort und sieht sich das Schaulaufen der reichen, schönen und berühmten an. Hallo Herwig, hörst du mich? Herwig? Oh hallo Jana! Ja, die Welt blickt auf die Oscar-Verleihung und deshalb auf den Zlaner Sängerball. Und alle sind sie gekommen. Arnold Schwarzenegger habe ich gesehen. Und einige Sänger der Sängerrunde Zlan sind ebenfalls bereits eingetroffen. Angelina Juli und Brad Pitt sind bereits unterwegs hierher. Es wird nur ein klein wenig dauern. Das tut aber der Stimmung hier überhaupt keinen Abbruch. Zahlreiche Fans sind gekommen, um einen Blick auf die Stars zu erhaschen. Und die Frage geht um, wer wird einen der begehrten Oscars in den diesjährigen Sonderkategorien gewinnen? Bereits bei mir der Moderator des heutigen Abends, Matthias Granitzer, Volgo Sartlecker. Matthias, wie nervös bist du vor der heutigen Veranstaltung? Ich bin mindestens ebenso aufgeregt wie die Stars selbst. Es wird ja aber auch wirklich spannend, denn die Preise in den Sonderkategorien fettigste Locken, windigste Blondine oder Unisex sind heiß begehrt und dazu die tolle Musik. Das heißt, es geht auch dieses Jahr wieder um die Wurst. Ja, um die auch, aber die Allstars wie Arnold Schwarzenegger und Michael Jackson möchten natürlich auch einen der Preise abstauben. Hoppala, ich kenne das. Ich habe auch immer meine Probleme mit den hohen Schuhen. Der Abend ist fortgeschritten, Matthias. Wann beginnt die Veranstaltung? Ja, wie viel Uhr haben wir denn schon? Oh Mist, ich bin knapp dran. Unser Moderator ist bereits unterwegs zur Veranstaltung. Ich bedanke mich und gebe zu dir, Jana, zurück ins Studio. Danke, Herwig. Das verspricht dir, ein turbulenter Abend zu werden. Den sollten Sie, liebe Zuschauer, auf keinen Fall verpassen. Noch ein Tipp von mir, kommen Sie nicht zu spät. Ich mache mich jetzt besser auch gleich auf den Weg. Also, wir sehen uns auf dem Zlaner Sängerball. Untertitelung des ZDF, 2020